Wir starten rein in eine ganz neue Sprint to Glory in FC 25, das Ganze in Liga 2 mit dem FC Schalke 04. Ein so großer und glorreicher Traditionsverein, der nur noch zweitklassig ist und bei dem es komplett runter und drüber geht. Der Trainer weg. 3-0-Führung, daheim Felddienst Arena gegen Darmstadt, die gar nicht gut reingekommen sind in diese Saison, um dann noch mit 3-5 zu verlieren. Es ist eine absolute Katastrophe, aber genau die beheben wir. Das Chaos an Akta gelegt, wir sind der Trainer und mit dem FC Schalke 04 wird in dieser Folge die Champions League gewonnen. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst natürlich super gerne einen Daumen nach oben da, schreibt weiter fleißig Kommentare, welches Video soll als nächstes kommen, mit welchem Verein, welche Challenge, was wollt ihr sehen und um das dann nicht mehr zu verpassen und alles drumherum kostenlos abonnieren. Bevor wir jetzt aber gleich ins Video reingehen, gibt es noch eine ganz kurze Kooperation über nur 30 Sekunden Notfalls überspringen. Danach starten wir rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner Instant Gaming und hier gibt es direkt für euch alles, was das FC 25 Herz begehrt, die besten Deals rund um den neuen Teil von EA Sports FC. Es ist ganz egal, ob es das Spiel selber ist, für eure gewünschte Konsole, ob es Foodpoints sind oder was auch immer. Ihr habt die besten Möglichkeiten, die mit besten Deals und einfach richtig geile Preise. Auch außerhalb davon PC, Playstation, Xbox, Nintendo, alles was ihr wollt, für mich natürlich die Playstation, gibt es für euch alles mit dem ersten Link, mit meinem Link in der Videobeschreibung. Checkt das super gerne ab und stöbert gerne ein bisschen selber durch. Im Hintergrund seht ihr statt jetzt unsere Mannschaft mal in Bestbesetzung. Mit Ron Thorben Hoffmann im Tor haben wir dann Aydin hinten rechts, auf der anderen Seite haben wir Merkin, wir haben Kaminski und Callas, wir haben dann Davos Leguin zusammen mit Ron Schallenberg. Antwi Ajay ist auf der linken Seite, rechts haben wir dann Silla, auf der 10 ist Armin Younes, um vorne Karaman, unseren Kapitän natürlich zu bedienen. Wir haben aber einen recht großen Kader und vor allem auch Spieler, die man tatsächlich größtenteils auch verkaufen könnte. Hier, Matriciani an den Waldhof aus Mannheim verliehen, haben wir zurückgeholt, denn da können wir definitiv ein bisschen Ablöse generieren. Und es ist auch so, dass sich hier keine Rücksicht nehmen. Wirklich ausnahmslos, jeder Spieler könnte theoretisch den Verein verlassen. Ich will nur mit einem Spieler mal gucken, dass ich so lang wie möglich gehe und habe mich dabei für Aydin entschieden. Rechtsverteidiger, ihr kennt es ja selber, durch die Positionswechsel hin und her wird der vielleicht auch in Richtung 80 gehen. Das ist auf jeden Fall mal der Plan. Alle anderen Spieler sind weder gesetzt, noch unverkäuflich, noch was weiß ich was. Es kann also alles passieren. Und das seht ihr hier, das ist unsere Liste von allen Spielern, die den Verein verlassen können. Wie gesagt, es gibt eigentlich wirklich keine großen Ausnahmen. Wir wollen Ablöse generieren und wollen zu dem Geld, was wir jetzt auf dem Konto haben. Und da stehen wir insgesamt, lasst mich nichts Falsches sagen, bei 19 Millionen, natürlich auch noch weiter Geld generieren. Um dann einen riesengroßen Umbruch direkt in Saison Nummer 1 einzuleiten. Denn der FC Schalke 04 soll alles andere als in Liga 2 verbittern. In der Realität sieht es leider so ein bisschen danach aus. Das ändern wir und formen eine Mannschaft, die vielleicht sogar direkt im ersten Jahr wieder ins Bundesliga-Oberhaus aufsteigen kann. Es hat funktioniert. Der Umbruch ist direkt über die Bühne gebracht. Und ihr seht, Schalke auf Platz 1. Das nächste Spiel ist Preußen-Münster und wir haben die maximale Punktausbeute aus den ersten vier Spielen. Ne, stimmt gar nicht. Fünf Spiele, vier Siege, nur eine Niederlage, zwölf Punkte. Und damit geht es doch schon mal straight in Richtung Thema Aufstiegskampf. Noch kann man da gar nichts davon irgendwie tendenziell absehen, aber es geht in die richtige Richtung. Und das ist mal eine ganz gute Erkenntnis, würde ich behaupten. Es ist aber auch eben einiges passiert. Armin Younes, Zusan Pauli, Bajakci, Hol, Tempelmann, Sanchez, Gladbach, 3-3, 3-4, Silla hier zu Steauer, Bukarest, Sigurin, Schallenberg, Potlecht. Dann haben wir weiter Merkin, wir haben Mohr, wir haben Matriciani, wir haben Langer, wir haben Kaminski, wir haben Rondhorben, Hoffmann und auch Ralf Fährmann. All das sind unsere Verkäufe. Es ist also unglaublich viel passiert. Dementsprechend hatten wir natürlich auch so viel Geld auf dem Konto und das haben wir investiert. Und Achtung, jetzt in eine Mannschaft, die man vielleicht größtenteils gar nicht mehr ändern muss, wenn sie nur ansatzweise ihr Potenzial ausspielen, denn ja, ihr werdet Augen machen. Hier haben wir sie also alle. Pau Kupasi, 2,9 Millionen, das ist Neuzugang Nummer 1. Dann haben wir hier Kendry Paez für 3,4. Wir haben Sammy Kilisjoy, Ablösesumme, 4,6 Millionen. Wir haben Rooney Baci, 2,1. Weiter geht es mit Kenan Yildiz, 1,65 im Tausch an VRJ. Dann haben wir hier auch noch Louis Miley, 5,1. Wir haben dann Joe Bellingham, logischerweise den kleinen Bruder von Jude Bellingham im Tauschgeschäft mit Kenan Karaman. Wir zahlen nur 150.000 obendrauf. Jonas Bileas kam insgesamt für 1,8. Im Tausch dafür Thomas Kalas. Und dann haben wir noch eine neue Nummer 1 mit 6,5 Millionen und einem 74er-Rating James Trafford. Und zu guter Letzt eben noch Louis Hall, der für 5 Millionen kam. Im Tausch aber auch Adrian Gantenbein. Und dementsprechend ist eigentlich nahezu die komplette Startelf neu besetzt. Und wenn die Spieler wirklich Gas geben, könnte ich mir vorstellen, dass wir eigentlich gar keine Transfers mehr tätigen müssen. Aber natürlich unter der Voraussetzung, unter der Devise, dass sie eben dann auch wirklich bis zum Ende die Entwicklung hinnehmen. Die Mannschaft ist so stark. Aydin auch auf der 70, die wir jetzt also dann schon direkt nach abgeschlossener erster Sommertransferphase im Kollektiv haben. Und mit dem will ich halt auch gehen. Sein Potenzial, ich glaube, unter einer 80. Auf jeden Fall. Aber wer weiß, wenn das dynamische Potenzial kickt, Positionswechsel immer hin und her, dann kann man vielleicht auch mit ihm auf langfristige Sicht rechnen. Andere Reihenfolge. Erstmal schauen wir auf unsere Mannschaft. Und bitte guckt euch die Entwicklung einiger Spieler bei uns an. Aydin plus 4. Der hat die 74. Wir werden weiter erstmal noch mit ihm gehen. Ich denke, Spieler, die man ersetzen könnte, ist einmal hier Jornes Belaers und eben auch Joe Bellingham. Wir schauen aber einfach mal. Je nachdem, wie viel Geld wir eben dann auch fürs nächste Jahr haben. Trafford 78. Gleiches gilt für Haul. Kubasi auch hochgegangen. Miley Payes. Also wir haben eine richtig, richtig geile Mannschaft. Trotzdem haben wahrscheinlich auch hier recht viele von der Bank gespielt. Da müssen wir halt einfach mal schauen. Aber so viel Änderung müssen wir eigentlich grundsätzlich mal gar nicht vornehmen. Aber jetzt kommt es natürlich auch darauf an. Spielen wir nächstes Jahr noch immer in Liga 2. Und nein, die Antwort ist nein. Wir spielen nämlich nächstes Jahr wieder im Bundesliga-Oberhaus. Der FC Schalke 04 ist also wieder da, wo sie hingehören. Mit der besten Offensive und mit der besten Defensive gab es dann auch keine allzu große Konkurrenz. Denn 18 Punkte Vorsprung auf den HSV, die mit uns direkt aufsteigen, sprechen schon eine ganz deutliche Sprache. Die Berliner Hertha auf 3, Hannover 4, dann Nürnberg-Paderborn. Der 1. FC Köln nur auf Rang 7. Aber für uns ist das völlig egal, denn wir sind aufgestiegen. Oh mein Gott. Was? Wir haben den Pokal gewonnen. Wir spielen nächstes Jahr direkt in der Europa League. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber wir haben halt dann eben mehr Spiele, vielleicht mehr Potenzialmöglichkeiten, dieses eben auszuschöpfen. Aber wir haben einfach die... Hä? Wir haben den DFB-Pokal gewonnen. Wir schauen mal ganz kurz durch. Hier als zweitiges gegen Ulm nach Elfmeterschießen. Also das war ja schon wirklich das absolut engste, was man überhaupt haben kann. Runde 2-3-1 dann gegen Freiburg gewonnen. Es gab ein 3-0 über die Hertha, ein 3-2 über Frankfurt. Wir schlagen Darmstadt. Okay, im Halbfinale. Das sage ich ja gar nicht mal. Aber irgendwie trotzdem ganz, ganz komisch. Und dann eben Leipzig. Das ist ja grundsätzlich mal geil, denn RB braucht ja wirklich keinen Mensch. Aber trotzdem, nächstes Jahr Europa League als amtierender Pokalsieger. Heißt dann also auch DFL Supercup. Vorher aber noch ganz kurz der Blick auf die Teamzentrale und dann eben keine Zeit verschwenden. Ja, 14 Mal die 0 bei Trafford. Wir haben 9 Vorlagen bei Yes, zusammen 9 auch bei Yildiz. Und wir haben die meisten Tore bei Gillis Joy. Der hat insgesamt 16, 13 Baci, 10 bei Yes und auch 9 bei Yildiz. Und auch Miley hier als Achter. 7 Tore, 8 Vorlagen, 15 direkte Scorer. Das kann sich wirklich sehen lassen. Genauso wie hoffentlich der Blick auf unser Konto. Yes, 42 Millionen Transfers. Da werden wir uns gleich auf jeden Fall ansetzen. Aber Fakt ist natürlich, wir müssen zwangsläufig die schwächsten Spieler eben aussortieren. Und die, die mit einer 75 ausgestattet sind, abzüglich alldienen. Denn wie gesagt, mit dem will ich mal noch ein bisschen weitergehen. Werden wir Spillers ersetzen und eben auch Joe Benningham. Und ich denke, mit dem Geld, was wir jetzt haben, könnte man sogar die Spieler auf die Bank setzen. Und dann wirklich, ja, so gute 20 Millionen pro Kopf irgendwie ausgeben. Notfalls eben im Tauschstil. Denn wir wollen natürlich die Konkurrenz eigentlich auch so klein wie nur möglich halten. Dass eben dann wirklich alle Spieler mit dem besten Rating vom Co-Trainer auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eingesetzt werden. Klingt komplizierter als es ist. Wir setzen uns ran. Die Neuzugänge gibt es gleich für euch. Hugo Larsson kommt also ligaintern von der SGE. 15 Millionen und tatsächlich Joe Bellingham im Tausch. Aber das mussten wir machen. Denn jetzt geht es ja auch noch um einen neuen Innenverteidiger. Und gerade die Verteidigung ist ja auch wichtig für die Bundesliga. Für die vor allem dann auch jetzt anstehende Dreifachbelastung. Hier Larsson, ich glaube, er muss schon auf ein bisschen Gehalt verzichten. Denn wir sind nur der FC Schalke 04. Eigentlich würde ich sagen, wir sind der FC Schalke 04. Gemessen an den Umständen aber natürlich aktuell mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber 15 Millionen und Joe Bellingham. Und für Larsson heißt es dann also von Frankfurt nach Gelsenkirchen auf Schalke. Felddienst Arena ist also sein neues Zuhause. Nicht mehr der Deutsche Bankpark. Trafford, unser Kapitän. Einer der Besten, was das Gesamtrating angeht. Begrüßt ihn also. Und dann würde ich sagen, haben wir keine Zeit zu verlieren. Und schauen direkt noch nach einem neuen Innenverteidiger. CF-Handlung mit RB Leipzig. Ja, ehemaliger Arbeitgeber von Jorel Harto. Eigentlich Ajax Amsterdam. Linksverteidigerkarte. Ich hoffe, wir können den problemlos als Innenverteidiger umtrainieren. Gibt ja bei manchen Spielern das Problem, die trotz eigentlichen Plus 3, Plus 2, was das Gesamtrating auf einer anderen Position angeht, dahingehend gar nicht umtrainiert werden können. Jetzt aber Jorel Harto. 23,8 Millionen. Ehemals Amsterdam. Hier Leipzig. Und jetzt bleibt er weiterhin in der Bundesliga. Erste Liga. Wechsel zum FC Schalke 04. Logischerweise ist ein erster Weg dann auch hier an die Geschäftsstelle. Wir sind also jetzt in Blau und Weiß und nicht mehr bei den Bullen. Punkt, Punkt, Punkt. Das lassen wir also auf jeden Fall mal genauso stehen. Haben unseren zweiten Neuzugang. Damit die Sommertransferphase 2.0 auch schon jetzt abgeschlossen. Denn mehr wird es nicht geben. Wie gesagt, nur punktuelle Neuzugänge. Wir schauen bei Aydin, was die Entwicklung macht. Ansonsten ist halt eben auch eher zwangsläufig ein Kandidat, den man eventuell ersetzen kann. Und ansonsten würde ich sagen, zeige ich euch jetzt die Mannschaft, in der Larsson dann direkt auch die Binde übernimmt. Ja, Trafford unverändert Aydin. Genauso unverändert auch Hall. Ja, wir haben aber neben Kupasi jetzt natürlich Harto. Das Gute dabei ist, wir haben tatsächlich Spillers gar nicht dagegen eintauschen müssen. Also auch für die Kaderbreite ein paar Vorteile. Dann haben wir Miley zusammen mit Larsson, Pajest. Wir haben Kielisz, Scholl, wir haben Yildiz und wir haben eben auch Baci. Ja, ihr seht es ja selber. Ich komme nicht immer genau auf die Spieler, die ich will. Aber das liegt eben daran, dass das Menü halt so unfassbar langsam ist. Und jetzt würde ich sagen, heißt es nach vorne simulieren. Denn wir spielen international. Der FC Schalke 04 ist zurück auf europäischer Bühne. Supercup, da sehen wir uns jetzt als erstes. Und danach blicken wir dann auch schon auf unsere insgesamt acht Gegner in der Liga-Phase. Zweithöchste internationale Spielklasse. Gespielt wird im Europaparkstadion. Heimspielstätte also von dem Sportclub aus Freiburg. Ihr seht unsere Mannschaft, die in Bestbesetzung reingeht. Nicht ganz abzüglich Miley, der leider verletzungsbedingt fehlt. Der amtierende Pokalsieger, das sind wir. Gegen den amtierenden deutschen Meister. Wir schlagen Bayern. Dann Kixekoman mit der Führung. Es ist Rooney Baci mit dem Ausgleich kurz nach der Pause. Und kurz vor, regulär Ende. 90. Minute. Eigentlich ist es Gennan Yildiz in der 88. Drift. Also der türkische Nationalspieler. Ehemals richtig guter Spieler. Und ja, mehr oder weniger schon gestandener Profi auch bei der alten Dame. Bei Juventus Turin zum Siegtreffer für uns. Die Bayern war ganz klar überlegen. Aber wir, der FC Schalke 04, mit dem Lucky Punch Rückstand gedreht. Ich denke, jeder hat nach 14 Minuten gedacht, okay, das kann nur in diese eine Richtung laufen. Ganz ehrlich, das hätte auch ich gedacht, wenn ich in der Live-Simulation dabei gewesen wäre. Aber wir gewinnen. Holen nicht nur den DFB-Pokal, sondern auch den Supercup. Und schauen jetzt nach vorne auf die Europa League, in der wir ja aktuell auch automatisch mit dabei sind. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das zum Vorteil von uns ist, wenn ich ehrlich bin. Wir treffen einmal auf Münchenland. Es geht weiter im nächsten Monat mit Newcastle. Mit dem FC Sevilla, das Team schlechthin aus der Europa League. Lech Posen, weiter geht es mit dem PEC Zwolle. Wir haben Lazio Rom, wir haben dann hier auch noch Celtic und wir haben ja Apuel Nicosia. Das ist nicht ganz so leicht, aber trotzdem werden wir mal bis zum, ja, ich würde sagen Februar nach vorne simulieren. Da steht dann auch das Derby gegen den BVB an. Das ist auch dann das Zweite. Denn das Erste, da gehen wir jetzt vielleicht noch ganz kurz mit in die Live-Simulation. Das ist in wenigen Tagen im Signal Iduna Park. Wir sind zurück. Wir haben also das Revier-Derby auf jeden Fall wieder zum Leben gebracht. Die Rassi kriegt einen Award und ganz knapp Dortmund 2, Schalke 1. Aber ich hoffe, wir holen ein paar Siege, etablieren uns. Und vielleicht gibt es ja auch international ein paar Erfolge zu feiern. Wir spielen weiter international und haben einen vollen Monat Februar. Die Wintertransferphase, gleich bedeutend Januar, liegt hinter uns. Es ist die Playoff-Runde. Wir sind im Pokal noch mit dabei. Der Sportclub Freiburg wartet, also als amtierender Pokalsieger noch nicht raus. Ist ja schon mal gut. Davor in Runde 3 Paderborn geschlagen und auch gewonnen gegen den HSV. Ja, das sieht doch schon mal stabil aus. Schauen wir doch dann ganz kurz hier auf die Europa-League. Playoff gegen Marseille. Naja, in der Liga-Phase auf 20. Ja, bis 24 geht es ja. Marseille dann also auch in den Playoffs. Sonst würden wir nicht gegen die spielen, oder? Ja, ganz knapp das Ding verpasst. Ich glaube, bis zum 8. kommt man direkt durch. Wir schauen mal ganz kurz rechts auf die Ergebnisse. Da haben wir gewonnen. 1-0 bei Mütterland. Dann geht es in den nächsten Monat. 3-1 Newcastle geschlagen. Wir haben dann hier nochmal noch ein weiteres Spiel. Ja, 3-1 bei Sevilla gewonnen. Gut, das ist die Mannschaft, die die Europa-League gefühlt geprägt hat. Wie keine andere. 3-1 durch Posen geschlagen. Dann haben wir hier eine Niederlage bei Zwolle. Okay, das hat ein bisschen zurückgeworfen. Gleiches gilt bei der Niederlage gegen Lazio Rom. Aber trotzdem kann passieren. Auch gegen Celtic. Okay, drei Niederlagen dann in Folge. Kommt eine Vierte noch mit dazu? Ne, ein 1-1 gegen Apuelo Nicosia. Und das hat uns dann auch irgendwo gerettet. Aber hey, es sind die Playoffs. Da gehen wir aber nicht in die Live-Simulation. Sondern simulieren jetzt einfach direkt ans Ende der zweiten Saison. Um dann zu schauen, wie wir abgeschnitten haben. Ich will natürlich schauen auf die Statistiken. Auf die Entwicklung unserer Spieler. Und hier rechts haben wir es schon mal ganz kurz gesehen. Dortmund wieder 2-1 gewonnen. Auch bei uns in der Feldteams-Arena. Aber, habe ich das richtig gesehen? Dass wir ganz kurz Platz 5 waren. Trafford hier mit toller Leistung. Bedeutet, wir gewinnen. Ja, Viertelfinale. Steht sogar im Halbfinale. Vielleicht wird es ja was mit dem Thema Titelverteidigung. Bundesliga, ja. Zurück mit dem FC Schalke 04. Und wir sind einfach in der ersten Tabellenhälfte. Und wir sind unter den Top 6. Wir übernehmen Platz 6. Und damit stand jetzt mal die Conference League. Könnte aber auch die Europa League sein. Je nachdem, wer eben den DFB-Pokal gewonnen hat. Wir ja im letzten Jahr. Vielleicht Back-to-Back. Wir schauen einfach mal. 57 Punkte. 60 Tore. Damit schießen wir 5 Tore mehr als der deutsche Meister Leverkusen. Die 3 Punkte vor Dortmund stehen. 5 Punkte vor den Bayern. Und Leipzig geht dann eben noch als viertes Team mit in die Champions League. Frankfurt vor uns. Der Supercup geht ja auf unser Konto. Der DFB-Pokal geht in diesem Jahr aufs Konto der Bayern. Im Halbfinale sind wir hier in der Pre-Zero-Arena leider 2 zu 1 bei der TSG ausgeschieden. Und dann haben die eben, ja, die Sinsheimer verloren gegen den deutschen Rekordmeister. Wir waren ja in der Europa League. Gewonnen hat das ganze Ding hier. Ja, okay, krass. Newcastle gegen die Spurs. Die haben ja Newcastle noch in unserer Liga-Phase einfach geschlagen. Wir waren hier in der Playoff-Phase 3 zu 2 in Marseille geschlagen. Dann 5 hier gegen Bergamo verloren. Die dann wiederum hier gegen die Spurs 6-1 auf den Deckel bekommen haben. Okay. Also da war da wahrscheinlich auch einfach nichts zu holen. Kommt aber auch mit Sicherheit noch alles zu früh. Denn ich will gar nicht wissen, wie unsere Mannschaft aussieht. Okay, krass. Ja, nee, doch. Ich will absolut wissen, wie unsere Mannschaft aussieht. Wir können sogar Hato jetzt noch umtrainieren. Was ist das bitte für eine Entwicklung? Okay, das ist crazy. Wir haben eine Mannschaft, die wahrscheinlich jetzt unterm Strich schon völlig zu Recht da steht. Wir werden im nächsten Jahr Aydin ersetzen. Wir werden gucken, wie viel Geld wir haben und welcher Spieler dann als nächstes noch ersetzt wird. Vermutlich eben der, der ja den niedrigsten Marktwert hat, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir schauen noch ganz kurz auf die Statistik. Dann gleich noch auf den Entwicklungsplan. Dreford wieder mal 14, die 0. Neunmal bei Miley die Vorlage. Dann haben wir hier 8 bei Yildiz. 7 Paes. Das ist einfach richtig gut. 27 Tore. Hier haben Türke Nummer 1, Semih Gillescoy. Und dann haben wir hier Türke Nummer 2, Kinder in Yildiz. Der trifft 24 Mal und damit 32 direkte Scorer in einem Jahr. Das ist der Bestwert. Aber auch Rooney Baci macht das hier richtig gut. Und jetzt ganz kurz. Wir wollen es natürlich noch miterleben. Ich will es euch live zeigen. Wo ist Jorel Harto? Wahrscheinlich ganz weit unten. Zwei Torvorlagen. Aber der hat ja jetzt schon, was hat er für ein Gesamtrating? Eine 79 und der geht auf eine 81. Also auch das ist natürlich für uns der nächste Schritt in Richtung Besserung. Und vor allem in Richtung 80 plus im Kollektiv. Die wir eigentlich ja ziemlich schnell erreichen. Wenn wir gucken, dass wir Aydin noch ersitzen. Weil dann ist es glaube ich ein Selbstläufer. 57 Millionen. Und ich glaube das ist gut. Denn ihr schreibt auch ganz häufig in die Kommentare. Bitte tauscht nicht jedes Mal die Mannschaft komplett aus. Und das werden wir auch machen. Denn wir haben auch im letzten Jahr hier Spiler mit auf die Bank genommen. Wir werden jetzt in dem Fall hier Aydin mit auf die Bank nehmen. Und von dem Geld, das wir aktuell haben, nur einen neuen Rechtsverteidiger kaufen. Dann ist zwar der Kader komplett umgekrempelt und keiner mehr vom Anfangskader da. Aber das ist dann eben auch egal. Mit Aydin hätte man dann zumindest einen guten Rechtsverteidiger-Backup. Wir haben ja auch noch hier Hamasch. Auch das ist gut. Wir haben Heulund. Ja, wir haben ja eigentlich einen ganz guten Kader, würde ich behaupten. Von daher, Rechtsverteidiger ist das große Ziel. Und ich hoffe, wir werden fündig. Aber ich glaube, mit dem Geld kann man schon arbeiten. Gusto, Lewis oder auch Livramento. Und ich habe mich jetzt wahrscheinlich hier für den Engländer entschieden. Wir schauen einfach mal. Mittlerweile hier nicht mehr bei Southampton, auch nicht mehr bei Newcastle, sondern beim FC Chelsea, die unfassbar viel Geld für den Jungen wollen. Also gut, so 50 können wir, denke ich, maximal machen. Denn gerade aus der Premier League haben die natürlich auch ein extrem hohes Gehalt. Wenn die da nicht runterkommen von ihrem Film, dann wird das nichts. Also, hä? Das ist ja völlig crazy. Das ist ja absurd. Gut, jetzt wollen sie nachdenken. Wir warten mal ganz kurz auf die Rückmeldung. Ob es funktioniert? Ich weiß es nicht. Aber Thailand Bullut und 52,704665 Millionen. Ja, Vogelwild. Ich weiß nicht, was der vorher ein Gehalt bekommen hat. Habe ich da gerade ganz kurz 120.000 gesehen? Das könnte eine ganz enge Nummer werden. Er darf keine Boni verlangen und muss vor allem deutlich runter mit dem Gehalt. Aber ich glaube, das macht er. Also, ich würde jetzt einfach mal so reingehen mit so 87, beziehungsweise, nee, 78. Und das ist okay. Ja, dann kommt Boni dazu. Aber nehmen wir die raus, dann könnte es gerade so reichen. Und ja, es reicht. Viel Geld haben wir nicht mehr übrig. Aber wir müssen auch nichts mehr machen. Wir haben alle auslaufenden Spielerverträge langfristig verlängert. Katapultieren dann Aydin auf jeden Fall auf die Bank. Und natürlich unseren Neuzugang hier. Livramento aktuell noch mit der Nationalmannschaft unterwegs in die Startelf. Er bekommt jetzt logischerweise auch seinen Entwicklungsplan. Aber nicht nur er, sondern ich gehe zu Beginn einer jeden Saison bei allen durch. Und schaue eben bei allen, wo hat man hier die kürzeste Zeit. Ja, bei Trafford ist das alles richtig gut. Das lassen wir auf jeden Fall auch so. Außenverteidiger lassen wir auch. Die Innenverteidiger ist das gleiche Spiel. Und dann gucken wir natürlich einfach nur hier, wann geht man im besten Fall hoch. Und das ist natürlich dann immer in den Fällen, wenn man am wenigsten Zeit braucht. Und deshalb schaue ich immer bei den Wochen, was ist am wenigsten. Hier haben wir was im Vergleich zu dem, was er jetzt hat. 23 Wochen, hier nur 21 Wochen. Spezialbewegungen gehen hoch. Also da machen wir das ganze Thema dann auf jeden Fall fix. Er bekommt Linksverteidiger für die bestmögliche Entwicklung. Den Rest mache ich auf jeden Fall jetzt alleine. Ihr werdet erstmal von mir hier ganz kurz alleine gelassen. Denn wir wollen natürlich auch wieder wissen, wie geht es international weiter. Und das muss ich jetzt erstmal selber herausfinden. Heißt nach vorne simulieren. Und dann sehen wir uns auch gleich schon wieder. Für euch ein Cut, für mich ein paar Minuten simulieren. Gehen wir die Mannschaften kurz durch. Wir treffen auf Helsinki. Es geht weiter mit Lazio Rohn. Mal wieder aus Asuna. Dann haben wir hier Bode Glimt. Wir haben Lars Glimt. Es geht weiter hier dann auch mit Sergle Brügge. Und dann haben wir hier nochmal Aston Villa und RB Salzburg. Okay, wir waren zwar Sechster. Und das ist ursprünglich ja eigentlich mal nur die Conference League. Es ist aber die Europa League. Wir wissen jetzt hier zwar, gegen wen wir alles müssen. Aber es sind noch die Playoff-Runden. Die Tabelle für die Liga, also für das Ligasystem, gibt es so noch nicht. Die Mannschaft aber steht. Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Und diesmal schauen wir nicht in den Februar, ob wir weitergekommen sind oder nicht. Was auch immer. Nein, wir simulieren direkt kurz vor Ende. Dann, bevor es eben in die neue Saison geht. 29. Juni. Und dann schauen wir drauf, wie die Saison gelaufen ist. Die Mannschaft hat ja brutale Qualität mittlerweile. Und das binnen kürzester Zeit. Unfassbar. Für mehr reicht es noch nicht. Es ist Platz 7. Und damit auch im Best Case überhaupt mal nur die Conference League. Es fehlt auch noch einiges zur Champions League. Also da haben wir wieder mal die drei oder vier üblichen Verdächtigen mit Leverkusen, Dortmund, Bayern und Frankfurt. Leipzig verpasst das ganz, ganz knapp. Leverkusen muss also mit dem VfB Stuttgart in die Relegation, ne, nicht in die Relegation, sondern in die Europa League. Wie komme ich denn auf die Relegation? DFB-Pokal geht nach München. Für uns war Endstation im Viertelfinale. Ne, sogar schon früher hier gegen Dortmund im Derby Runde 3. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Wir schauen noch ganz kurz auf die Europa League. Die gewinnt Galataserei gegen die Roma. In der Liga waren wir 17. Ein Playoff haben wir dann gespielt gegen Real Sociedad. 4 zu 2 gewonnen. Achtelfinale gab es dann für uns ein 3 zu 1 über Lazio. Und dann ein 3 zu 2 in der Niederlageleiter in der Gesamtwertung gegen Eston Villa. War aber trotzdem sehr stark. Wir sind ins Viertelfinale gekommen. Wir sind konkurrenzfähig. Die Conference League tut uns vielleicht auch gut. Vielleicht brauchen wir das eben auch. Und dann muss man natürlich schauen, inwieweit jetzt die Entwicklung hier noch weiter voranschreitet. Ja, okay. Aber das passiert irgendwie alles von ganz allein. Ich denke, im nächsten Jahr könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal einen etwas größeren Umbruch gibt. Kubasi, Miley, Payes. Das sind eben so die 3, die die schwächsten in Anführungszeichen sind. Könnte ich mir schon vorstellen, dass wir die auf jeden Fall hergeben. Und ja, das ist auf jeden Fall dann auch der Plan. Vorausgesetzt finanziell haben wir natürlich die Möglichkeiten. Wir haben Spieler verkauft. Kubasi wechselt für 85 Millionen nach München. Bleibt also der Bundesliga erhalten. Gleiches gilt für Kendry Payes. Der wechselt für 105 nach Leipzig. Und Luis Meili hier für 95 zum FC Barcelona. Genau das sind eben die 3 schwächsten Spieler gewesen. Maximal 82er Gesamtrating. Kubasi sogar nur eine 81. Also wir haben jetzt ordentlich Geld eingenommen. Im Vergleich zu dem, was wir von vornherein hatten, hält es sich aber in Grenzen. Denn wir hatten nur 47 Millionen. 270 Millionen bedeutet auch, man kann ja so ziemlich genau 90 Millionen für jeden Neuzugang ausgeben. Ich will es eigentlich auch in dem Rahmen halten. Denn es wird ja keine Tausch-Deals geben. Denn die Spieler sind ja jetzt schon weg. Wir müssen also adäquaten Ersatz finden. Hier und jetzt. Und das nur in Anführungszeichen mit der Ablöse, die wir eben noch haben. Neuzugang 1 eingetütet. Von Manchester United, Matthijs De Ligt auch her. Zurück in die Bundesliga für 87 Millionen. Dominik Soberschleiß, Neuzugang Nummer 2 vom FC Liverpool. Auslaufender Spielervertrag. Auch er kennt die Bundesliga aus seiner Leipzig-Zeit. Es sind nur 60 Millionen. Und damit haben wir jetzt schon einen sehr großen Spielraum für unseren neuen Achter. Der dann eben der dritte und zugleich auch schon letzter Neuzugang sein wird. Alle guten Dinge sind 3. Zairi Emery wechselt also hier von mittlerweile wieder SSC Napoli. Also SSC Neapel. Offiziell ja auch die Mannschaft wieder zurück im Karrieremodus. Er ist aber hier nicht mehr bei Paris Saint-Germain. Nicht mehr in der Liga A, sondern eben in der Serie A. Und ist jetzt unser dritter und zugleich auch letzter Neuzugang. Die Ablösesumme, die seht ihr jetzt. Die ist exorbitant hoch bei 100 Millionen. Aber es wird sich lohnen und es hat sich gelohnt. Denn schaut euch mal bitte diese Truppe an. Wir werden uns ja jetzt im Laufe der Saison auch nochmal weiterentwickeln. Und ich denke viele Spieler, gerade so ein Hato, ein Larson oder auch ein Killesjol, die noch nicht die 85 haben, werden am Ende der Saison dastehen. Das zumindest ist die Hoffnung. Und alle anderen, die es noch nicht tun, werden dann im nächsten Jahr ersetzt. Hoffentlich dann auch, wenn wir bereits in der Champions League spielen. Denn Champions League würde automatisch natürlich auch dann bedeuten, dass man mit so einer Mannschaft und hoffentlich noch weiter vorangeschrittener Entwicklung auf jeden Fall auch ein Mitkandidat auf den Henkelpott gewinnen kann. Dann wollen wir mal. 11 Millionen stehen dann auch an Budget. Und ich hoffe, nächstes Jahr endlich die Champions League wieder. Feldtitz Arena, Gelsenkirchen Arena auf Schalke. Ich hoffe und ja, let's go. Es ist zwar trotzdem so hier, ja, das kleine Fernduell zwischen uns und dem BVB. Revierderby hat hier der BVB leider mal wieder für sich entschieden. Aber wir stellen die beste Offensive und nach Dortmund die zweitbeste Defensive am 69 Zähler, damit drei vor Frankfurt. Wir sind fünf vor den Bayern und eben halt aber auch deutlich neun hinter Dortmund. Das ist mir aber sowas von egal, denn ich will einfach nur in der Champions League spielen. Und genau diesen Traum erfüllen wir uns mit der dann demnächst angebrochenen neuen Saison. Vielleicht auch schon die letzte, denn was haben wir bitte für eine gute Mannschaft. Wir haben hier im Pokal nach dem Sieg irgendwie dann so ein bisschen die Glücksträhne verpasst. Wir sind in der ersten Runde direkt ausgeschieden. Wo waren wir da? Aber hier in Paderborn. Ja gut, okay. Kann auch mal passieren. Die Champions League. Nächstes Jahr unser Wettbewerb gewinnt Barca gegen die Spurs. Wir haben dann hier die Europa League. Bei der waren wir ja auch mit dabei. Die gehen dann Atletico Madrid gegen Newcastle. Neunter in der regulären Spielzeit. Dann hier in der Liga. Leider dann direkt noch in die Playoffs gemusst. Haben wir aber noch Pauk Saloniki geschlagen. Dann haben wir Nottingham Forest geschlagen. Wir haben auch noch Royal Antwerp geschlagen. Und im Halbfinale dann gegen den dann späteren Sieger Atletico Madrid verloren. Ist also völlig in Ordnung. Conference League geht an Lazio gegen Osasuna. Und was mir gerade einfällt, wir waren trotz Platz 7 aus dem Vorjahr wieder in der Europa League. Das ist das dritte Mal in Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Denn zu Beginn einmal DFB-Pokal gewonnen, Europa League. Dann waren wir 6. Europa League. Jetzt 7. zuvor auch wieder Europa League. Wir haben 12 Mal die 0 bei James Trafford. Wir haben 19 Vorlagen. Kinder Yildiz, der hat eine 90. 13 Vorlagen hier. Dominik Soberschlei. Wir haben 10 bei Baci. Weiter geht es dann hier in Sachen Tore mit 34 bei Killes Joy. 22 haben wir bei Baci, 15 Soberschlei, 14 Yildiz. Das ist der absolute Wahnsinn. Diesmal ist aber hier unser bester Scorer zusammengerechnet. Eben Killes Joy. Das Ganze mit 37 direkten Scorer. In 54 Spielen ist so ungefähr zwei Drittel. Also zwei Drittel aller Partien hat er mal Minimum eine direkte Torbeteiligung. Aber auch Yildiz ist crazy. Mit 33. Wir haben 28 Soberschlei. Bei 32 Baci. Also die vier machen hier das Rennen komplett allein. Wir spielen in der Champions League. Das erste Mal dynamokiert. Wir haben entwickelt Lissabon. Und vor allem haben wir eine Mannschaft, die sich sowas von gut anschauen lässt. Gleich noch mit dem kompletten Neuzugang inkludiert. Wir haben dann hier den FC Kopenhagen. Es geht weiter mit Celtic, mit dem FC Barcelona. Wir haben Aston Villa und zu guter Letzt noch Galatasaray und Manchester City. Ziel natürlich unter die ersten 24 zu kommen. Und ganz ehrlich, das erwarte ich von dieser Mannschaft schon auch. Denn wir haben natürlich eingekauft und haben uns weiter für die jetzt anstehende Champions League Saison vorbereitet. Und ich würde schon fast sagen, dass wir mit der aktuellen Mannschaft zu einem der besten Teams weltweit gehören. Zumindest mal europaweit. Zugleich dann auch weltweit, würde ich behaupten. Trent Alexander Arnold kam für 10 Millionen. Und LeFramento im Tausch haben wir uns nochmal verbessert. Jogo Costa 53 Millionen. Neue Nummer 1. Wir hatten ja eigentlich Trafford. Der ist mit seiner 87 jetzt nur noch in Anführungszeichen Nummer 2. Und dann kam eben noch Fonzie Davis im kompletten Tausch mit Lewis Hall. Die natürlich leider, wie so häufig, durch die Tauschdeals hochgehen. Die dann abgegebenen Spieler. Hall hatte nur eine 85. Hier hatten wir, glaube ich, auch nur eine 4 oder 83 bei LeFramento. Ja, bei uns hätten die niemals das Rating erreicht, was sie eben jetzt haben. Aber trotzdem ist ganz egal. Wir mussten uns verbessern. Wir haben uns verbessert. Und haben eben jetzt eine Mannschaft, wie wir folgt auch seht. Matthias Delicht ist ja auch da. Wir haben Chandler Xander, Arnold, Hato, Davies, dann aber Costa. Wir haben Zairey Emery, Larsson, Soboschle, Kiddishoy, Yildiz und Baci. Also was für eine geile Truppe. Diese Mannschaft hat das Potenzial dazu, die Champions League zu gewinnen. Und da bin ich fest davon überzeugt. Zur Wintertransferphase stehen wir auf Rang 3 in der Liga. Meisterschaft ist, denke ich, außer Reichweite. Da haben wir die Bayern schon mit 10 Punkten Rückstand. Also von unserer Seite aus haben wir 10 Punkten Rückstand auf die Bayern. 4 auf Frankfurt. Aber Kurs, Champions League ist wieder am Start. Auch wenn es da noch eng ist hinter uns, Union, Dortmund und der VfB. Wir haben tatsächlich auch das erste Derby gegen den BVB gewinnen können. Das erste überhaupt jetzt in unserer Amtszeit. Viertelfinale, Bremen, den Pokal geschlagen, Runde 3 gewonnen gegen Freiburg. Und die Einstiegsrunde gab es für uns. Ein 3 zu 2 in Gladbach und in der Champions League. Und das ist die frohe Kunde natürlich. Hier überspringen wir die Playoff-Runde. Denn wir stehen auf Platz 4 mit dem FC Schalke 04. Ja, genau so ist es. Haben nur eine einzige Niederlage. Und die am letzten Spieltag. Auf der linken Seite seht ihr 2-2 Galataserei. War der Auftakt, war okay. Dann haben wir hier verloren gegen City. Ah ne, das war das Ende. Wir müssen dann in September. Dynamo Kiew haben wir hier gewonnen. Wir sind glaube ich mit 3-4 Siegen in Folge reingestartet. Kiew gewonnen. Dann Benfica Lissabon gewonnen. Im Oktober ging es dann weiter. Ich glaube mit nur einem Spiel. Da haben wir Kopenhagen geschlagen. Genau so ist es. Dann gewonnen bei Celtic mit 3 zu 0. Gewonnen bei Barcelona mit 1 zu 0. Und dann sind wir hier in dem Monat mit dem ersten Nicht-Sieg. 1 zu 1 gegen die Villains. Also 1 zu 1 ist aber völlig okay gegen Essen-Villa. Dann eben Galataserei. Und dann eben auch noch Manchester City. War die einzige Niederlage. Aber gegen City zu verlieren, ist ja keinesfalls schlimm. Die müssen unter anderem, genauso wie Barca, wie Paris-Sachemar, Arsenal, die Spurs, und, und, und hier in die Playoffs Dortmund. Hier auch Atletico Madrid. Da sind brutale Banger mit dabei. Meistens umgehen die das so ein bisschen. Ich denke es ist halt auch eben so, dass dann 9 auf 24 trifft. 10 auf 23 und, und, und. Ich glaube so in der Richtung müsste das dann wahrscheinlich auch sein. Aber hier haben wir dann schon auch ein paar ganz gute Banger. Wie gesagt, wir überspringen die Playoffs. Stehen direkt im Achtelfinale. Und das ist für uns in allererster Linie mal das Wichtigste. Und von daher würde ich sagen simulieren wir nach vorne. Und sind sehr gespannt, wer in der Champions League auf uns warten wird. Ich habe natürlich hier nach vorne simuliert. Ja, an das Spiel gegen den BVB. Weil ich dachte, hier wird ja ein Save erst das Achtelfinale sein. Dem ist nicht so. Denn, ja, doch, das Achtelfinale ist hier gegen City. Aber wir haben das Hinspiel gegen die schon gespielt. Und haben 1 zu 0 gewonnen. Auswärts im Etihad. Heißt also für uns jetzt hier, Manchester City ist jetzt das Rückspielen. Wir könnten eine Runde weiterkommen. Und natürlich ist das unser Ziel. Wir sehen Salzburg Hinspiel gegen Arsenal gewonnen. Marseille schlagen unter anderem die Spurs. Hier Monaco, Ferenc, Varos. Ja, es sind schon Mannschaften dabei, die man definitiv schlagen kann, die ich schlagen will. Aber natürlich ist das dann auch erst wirklich spruchreif, wenn wir Manchester City hinter uns lassen. Und ich glaube, mit City, Real und Bayern haben wir so die absoluten Banger mit dabei. Und einen davon direkt vor die Tür gesetzt bekommen. Das ist hart. Aber mit einem 1 zu 0 im Hinspiel ist das eine gute Ausgangslage. Schauen wir mal, ob es hinhaut. Die Mannschaft ist in Bestbesetzung. Arena auf Schalke bedeutet Feld ins Arena. Manchester City zu Gast bei uns. Und der schlechteste Spieler vom Gesamtrating hat einfach eine 88. Also ganz ehrlich, wir sind konkurrenzfähig. Und es reicht. Wir schlagen City zwar nicht in diesem Spiel. 2 zu 2 ist nun unentschieden. Aber in der Gesamtwertung mit 3 zu 2. Rooney Baci Führung. Petri Ausgleich. Dann ist es Haaland. Und dann ist eigentlich alles wieder auf 0 gestellt. Und eigentlich hat die Verlängerung gerufen. Aber trotz Unterzahl, weil Davis in Minute 40 mit Gelb-Rot runtergeflogen ist, ist es nochmal Rooney Baci 86. Mit dem Lucky Punch. Wir haben also das 2 zu 2 hier. In der Gesamtwertung ein 3 zu 2. Schlagen City. Stehen im Viertelfinale damit unter den besten 8 Teams in der Europä... Ja, nee, nicht in der Europä... Nee, sondern in der europäischen höchsten Spielklasse. Bedeutet Champions League. Und wer City schlägt, kann jeden schlagen. Viertelfinale. Milano FC. Heißt also der AC Milan. Und wir versuchen das Ganze jetzt einfach mal im One-Take. Wir gehen hier rein. Ohne Davies. Ohne Hato. Haben also in der Defensive ganz klare Rückschritte. Trotzdem hoffentlich im San Siro. Eine gute Ausgangslage. Es ist Kalasjoin. Es ist Baci. Semi-Kalasjoin. Das müsste doch unser Stürmer sein zumindest. Die Bayern schlagen Napoli deutlich mit 3 zu 0. Also auch hier Deutschland gegenüber Italien siegreich. Und jetzt gehen wir direkt in den Kalender. Springen natürlich dann auch hier aufs nächste Spiel. Und das bedeutet dann natürlich der AC Milan. Wir haben dazwischen noch Gladbach in der Liga. Spurs holen sich den Sieg hier im Derby gegen Arsenal. Habe ich das gerade richtig gelesen? Soposchlein mit einer tollen Leistung. 2-1 schlagen wir also hier das Team aus Gladbach. Und wir haben gerade ohne Hato, ohne Davis 2 zu 0 in San Siro beim AC Milan gewonnen. Und ganz ehrlich, dann haben wir natürlich nicht nur eine super gute Ausgangslage, sondern logischerweise auch eine Mannschaft, die jetzt besser dasteht als zuvor. So rein individuell betrachtet. Denn Bestbesetzung. Arena auf Schalke. Auf der Bank fehlt wohl irgendjemand in der Startelf nicht. Und es gibt wieder ein 2 zu 0. Semi-Kalasjoin mit einem Doppelpack. Binnen zwei Minuten kein Gegentor. 4 zu 0 das Gesamtergebnis. Milan, die waren ja glaube ich Erster im Ligasystem in der Champions League. Vielleicht darf man da nicht so viel drauf geben. Kommt ja auch logischerweise immer drauf an, was die Gegner waren. Das ist ja dann auch so ein bisschen Zufallsprinzip. Aber trotzdem, da steht man nicht ohne Grund. Und von daher ist ein 4 zu 0 hier schon eine absolute Hausnummer. Und somit heißt es Top 4. Von Top 8 auf Top 4 Halbfinale. Und vielleicht ein ganz geiler Gegner. Es würde uns nur noch ein Schritt trennen vor einem möglichen Champions League Finale. Deutsches Halbfinale. In der Allianz Arena gibt es ein 2 zu 2. Heißt also, Conny Leimer eröffnet. Das ist alles in Halbzeit 2 passiert. Es ist Yildiz, es ist Kalasjoy und es ist dann Paul Wanner. Zuvor eingewechselt wahrscheinlich hier kurz nach. Wieder anpfiff zur zweiten Halbzeit für Musiala. Und damit auch goldenes Händchen von Vincent Compagny. Wir haben 2 zu 2 in der Arena in München. Arena auf Schalke. Bedeutet Felddienst Arena. Ist alles auf 0 gestellt. Der Gewinner aus diesem Spiel spielt um den ganz großen Henkelbott. Und zieht ins große Champions League Finale ein. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich habe gerade kommentiert. Das Spiel hat sich zweimal aufgehangen. Und wir waren eigentlich im großen Champions League Finale. Ich war kurz davor eigentlich reinzugehen. Ging nicht. Spiel hat sich aufgehangen. Und mit dem Speichern hier ist es eh eine ganz komische Sache. Da blickt eh kein Mensch durch. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie es sein soll. Ich bin jetzt reingegangen. Habe die ganze Zeit probiert nochmal. Also zweimal probiert. Das Ergebnis so hinzubekommen, wie es war. Wir haben nämlich zu Hause 3 zu 1 gegen die Bayern gewonnen. Ich habe jetzt zweimal simuliert. Bin dann immer wieder raus. Weil ich halt eben nicht das Ergebnis hatte, was ich im Ursprung hatte. Ja, das ist eine absolute Katastrophe. Heißt nämlich jetzt, ich habe es zwei, dreimal probiert. Wir haben jetzt immer verloren. Also zweimal. Und ich bin jetzt raus. Und jetzt ist der Speicherstand überspeichert. Obwohl ich den nicht überspeichert habe. Und wir stehen nicht im Champions League Finale. Und das ist das Bittere an der ganzen Geschichte. Weil wir halt eigentlich im Champions League Finale gestanden wären. Und ja, ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach so. Wir gehen nochmal in ein neues Jahr. Gucken, ob wir es da erreichen. Aber ganz ehrlich, ich sehe es halt jetzt nicht ein, nochmal so viel weiter zu machen, bis ich es irgendwann erreiche, wenn man es eigentlich jetzt schon deutlich erreicht hätte. Weil ein 3-1 im Rückspiel zu Hause fällt ins Arena gegen die Bayern. Das ist halt einfach für mich ein Sieg. Ja, das ist ein Sieg. Und somit wären wir dann halt auch im Halbfinale gestanden. Aber so werden uns halt leider Gottes Steine in den Weg gelegt. Es wird auch keine weiteren Transfers geben. Ganz im Gegenteil. Ich gehe einfach nur ins neue Jahr. Wir gehen da ganz kurz durch und sehen hier, dass wir Dritter sind. Nächstes Jahr auch wieder in der Champions League stehen. Haben dann also hier Rückstand 6 Punkte auf Dortmund 7 auf die Bayern. Also Glückwunsch hier an den deutschen Rekordmeister. Glückwunsch entweder an Dortmund oder an Stuttgart, was die DFB-Pokalsache angeht. Und die Champions League Bayern gegen Real Madrid. Da gibt es keine Glückwünsche, weil wir einfach da anstelle von den Bayern gestanden wären. Und es nervt mich. Weil das Spiel kostet mich jetzt schon so unfassbar viel Nerven. Es kann alles funktionieren, aber irgendwie auch nicht. Fünfmal die Null hier bei Costa. Neunmal die Null bei Trafford. Meist in Vorlagen 19 Baci. 13 gegen Yildiz. Dann haben wir 10 bei Soboschlei. Wir haben 32 Tore auch bei Baci, der insgesamt auf 51 sein Tore bzw. Scorer-Konto hochschraubt. 36 hier bei Yildiz. Wir haben 26 bei Killes Joy. Und es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also eine richtig geile Mannschaft geformt und eigentlich das Champions-League-Finale verdient. Ja, jetzt heißt es für uns halt einfach ins nächste Jahr nochmal durchsimulieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns da dann am Ende dieser Spielzeit. Weil, wie gesagt, wir waren halt eigentlich durch. Wir hatten eigentlich das Champions-League-Finale. Aber das Spiel hängt sich ganz, ganz häufig auf. Also häufig im Sinne von, dass es so alle 3-4 Stunden passiert. Und dann halt meistens immer so gegen Ende, weil so eine Aufnahme durchschnittlich 3-4 Stunden dauert. Ist natürlich maximal bitter. Aber wir gehen ins nächste Jahr. Ich probiere das nochmal. Wir sehen uns dann am Ende der Saison, falls wir überhaupt nochmal die Chance haben, in ein Champions-League-Finale einzuziehen. Aber das nimmt halt wieder so ein bisschen die Lust. Ja, weil man hat ja eigentlich gespeichert. Ich habe ja wirklich alles abgesichert. Und dann kommt halt eben wieder der Bug. Auch der Bug mit dem Speichern. Falls ihr euch da ein bisschen mehr auskennt, wie man das irgendwie ändern kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber da werden einem halt wieder Steine in den Weg gelegt. Man meint immer, es gibt gar nicht so viele. Aber dann kommen wirklich Sachen, die es zuvor noch nie gegeben hat, die kein Mensch versteht. Und man wird einfach immer wieder komplett auf den Anfang zurückgeschickt. Bleiben wir jetzt einfach mal mit dabei. Wir stehen nämlich wieder im Halbfinale. Letztes Jahr ja eigentlich die Bayern bezwungen. Jetzt wartet Monaco. Wir gucken ganz kurz rein hier. Oh nein, die Krise. Ah, fand mit einem Tor. 1-1 gegen die Monegasen. Heißt also jetzt Arena auf Schalke. Und ich habe simuliert bis zu, ich glaube, vorletzten Woche, dann im letzten Monat für uns. Denn da würde dann eigentlich das Champions-League-Finale stattfinden. Unentschieden gegen die Hertha. Und jetzt die Auflösung. Schlagen wir Monaco oder schlagen wir sie nicht? Batschi wird nach toller Leister zum Star des Tages gewählt. Ja! 3-2! Wir stehen im Finale. Monaco geschlagen. Es kommt jetzt zwar noch Mainz und es kommt auch noch Bremen. Aber es ist Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale am 1. Juni. Ja gut. Ey, es hat Gott sei Dank im ersten Anlauf direkt funktioniert. Aber es hätte natürlich auch nicht funktionieren können. Das hätte mich schon echt mies genervt. Ich sage ganz ehrlich, weil wir im letzten Jahr ja eigentlich das Champions-League-Finale erreicht gehabt hätten. Ich weiß gar nicht. Da war dann Bayern gegen Real. Also es ist also eine komplette Neuauflage. Weder die Bayern noch Real Madrid. Also aus dem letztjährigen Finale stehen dann hier. Wir haben es aber jetzt geschafft. In wenigen Tagen ist es soweit. Und Paris trifft auf FC Schalke 04. Und hier seht ihr dann auch, dass das Intro kommt. Also ich war selber noch gar nicht drin in der Simulation. Es ist jetzt wirklich hier der erste Punkt zurück. Paris gegen Schalke. Und es ist für uns also jetzt auch der erste Blick auf die Liga-Phase. Wir gehen es jetzt aber nicht ganz so krass durch. Wir haben hier... Wo sind wir denn? Hä? Wo ist denn Paris? Ach hier. Wir gehen jetzt ganz kurz auf den Wettbewerb in der Liga-Phase auf Rang 3. Paris war auf Platz 2. Okay. Playoff beide übersprungen. Achtelfinale. Schauen wir ganz kurz nach Paris. Die haben hier 5-4 gegen Inter gewonnen. Wir 4-2 gegen Royal Landwerpen. Dann hat Paris Bayern geschlagen. 5-2, wir 6-3 Barca. Hier haben 3-2 gegen Monaco. Paris 3-0 gegen Dortmund. So kommt dieses Finale zustande. Der DFB-Pokal geht dieses Jahr an Leverkusen. Die im Elfmeterschießen gegen Freiburg gewinnt. Und in der Bundesliga holen wir die deutsche Meisterschaft mit 21 Zählern Vorsprung auf den deutschen Rekordmeister. Die Europa-League der Vorstelligkeit vollständigkeitshalber. Ich kann schon nicht mehr reden. Chelsea gewinnt gegen Marseille. Die Conference League geht an Eston Villa gegen Lazio Rom. Und wir spielen hoffentlich in Bestbesetzung. Und keiner ist gesperrt. Wir schauen mal ganz kurz drauf. Die Jungs haben sich brutal entwickelt. Schlechtestes Rating ist hier eine 88 bei Hato. Dann 89 von DeLicht und auch von Trent. Ansonsten hat jeder Spieler ausnahmslos die 9 vom Gesamtrating. In der Statistik wirkt sich das hoffentlich auch aus. Denn da gehen wir jetzt noch ganz kurz rein. Drei Torvorlagen Kosta, der diesmal ausnahmslos jedes Spiel gemacht hat. 13 Mal die Null gehalten, 14 Vorlagen Yildiz und insgesamt 28 Tore. Nicht nur Baci, sondern auch Yildiz mal wieder, der mit 42 Scorern in 49 Spielen halt wirklich abgeliefert hat. Ich freue mich drauf. Jetzt geht es also rein. Jetzt haben wir es uns erarbeitet. Jetzt wollen wir Vollgas geben. Das Ganze also im Champions-League-Finale. Paris trifft auf Schalke. Gespielt wird im Stadion Metropolitano. Heimspielstätte also von Atletico Madrid. Und ja, fackeln wir nicht lang. Wir gehen rein. Let's go. Paris Saint-Germain traditionell natürlich in deren recht dunklen Trikots. Dunkelblau, weiß und rot ist mit dabei. Wir aber. Und das ist weiß als passendes Stichwort von rechts nach links in unseren weißen Trikots, die richtig geil aussehen. Das hat so was Retromäßiges vom FC Schalke 04 aus deren richtig glorreichen Zeiten, wie ich finde. So ebesant und was da alles früher bei Schalke oder Bordon in der Innenverteidigung. War schon eine richtig geile Truppe. Und genau die haben wir hier auch wieder geformt. Erste Balleroberung. Und dann geht es ganz schnell hoffentlich. Denn wir wollen natürlich Chancen erspielen. Machen das gut. Paris ist etwas überfordert. Kommt dann nicht in den Zweikampf. Und wir spielen es leider ganz schlecht hinten raus. Denn das wäre die erste große Chance. Es war eigentlich ein Überzahlspiel, das wir einfach so selbst schon mehr oder weniger zunichte machen. Aber Balleroberung von C. Davis. Und dann haben wir Soboschlei. Unten haben wir Yildiz. Der hat vielleicht eine Idee. Bringt die Flanke. Aber Donnarumma, wollte ich gerade sagen, ist da. Ist er zwar nicht. Aber trotzdem kein Problem. Abseits war es nicht. Nee. Schwere Knieverletzung, Usman Dembélé. Der Ex-Dortmunder muss also raus. Neun Minuten gerade mal gespielt. Das ist Baci. Das ist vielleicht jetzt die erste nennenswerte Chance. Das ist Kili's Jury. Und dann ist das Ding hier bei Gianluigi Donnarumma. 18 Minuten gespielt. Das ging richtig schnell. Von hinten aus dem eigenen 16er nach vorne. Flanke. Kopfball. Tor. 18. Minute. Tor also für uns. Wer ist es? Ist es Jovel Hato? Der Mann mit der 5. Ja. Der ehemalige Spieler aus Amsterdam. Wobei der ist hier, glaube ich, gar nicht von Ajax zu uns gewechselt. Sondern war schon transferiert. Ich weiß aber gar nicht mehr von wem. Vielleicht kam der auch Liga intern irgendwie aus Leipzig oder so. Flanke ist perfekt. Der Kopfball ist noch besser. Yildiz bringt sie also. Bester Vorlagengeber in dieser Saison. Hato steigt am höchsten. Und das trotz Bedrängnis von drei Parisern. Ja. Das muss man erst mal machen. Und dann geht das Ding hier schön ins lange Eck. Unhaltbar hier für Gianluigi Donnarumma. Die verdiente Führung. Weil ich würde sagen, der Ansatz oder gerade so die Beginnerphase hier in diesem Spiel war schon ganz klar auf unserer Seite. Nächste Chance. Kein Abseits. Das ist Yildiz. Spitzer Winkel. Aber der Ball ist drin. 25. Minute. Wir zaubern. Wir spielen es direkt. Wir spielen es richtig gut. Und lassen bisher PSG noch gar keine Chance. Vorlage kommt, glaube ich, von Kinnisjoy. Und dann geht das Ding also weiter hier für den linken Flügel. Für Kenan Yildiz. Der hier Gianluigi Donnarumma ein zweites Mal den Ball aus dem eigenen Netz raustragen lässt. Das ist wirklich gut. Hier kommt der Pass. Dann der Lupfer. Boah. Das sieht aber hier irgendwie verdächtig nach Abseits aus. Schiedsrichter. Und dann der VAR. Aber den es logischerweise nicht wirklich gibt. Aber es ist halt so, dass man hier Abseits dann nur mit Abseits auch wirklich hat. Also Fehlentscheidungen gibt es nicht. Es ist also das 2 zu 0. Und das ist eine komfortable Führung. Und die ist okay. Weil wir halt richtig gut reinkommen. Jetzt aber auch Paris. Das erste Mal über außen. Da ist Hato. Vorne gut. Hinten gut. Und dann eine Fehlentscheidung. Würde ich ganz ehrlich sagen. 28 Minuten gespielt. Haben die hier eine Frau in der Mannschaft mit dabei? Habt ihr das gerade gesehen? Ich finde, wir sind gut im Zweikampf. Wir rühren hier unten klar den Ball. Und dann Udogi. Klar. Der fliegt dann halt auch ein bisschen rum. Aber das war für mich kein Elfmeter. Mac L ist da. Der Ball ist drin. Rechts oben. Paris ist wieder da. Und das dank eines Schiedsrichtergeschenks. Nächste Möglichkeit. Wieder über Yildiz. Da haben wir Kampos mit dabei. Yildiz hat aber eine bessere Idee. Der Pass kommt aber leider nicht durch. Hey, das macht aber richtig viel Spaß. Also bisher war ich mit mir selber noch nicht so wirklich überzeugt vom Spielerischen hier im Gameplay. Aber das hier ist richtig gut. Kehne an Yildiz. Bleibt hängen. Paris kann mal wieder aufbauen. Aber nicht wirklich. Weil die nächste Balleroberung. Und dann geht es wieder schnell nach vorne. Yildiz mit der Idee. Und für Dominik Soberschleih. Abseits nicht angezeigt. Ne, wir bleiben im Ballbesitz. Und dann haben wir die nächste Möglichkeit im Rückraum. Haben wir Killes Scheu. Und er kriegt den Ball. Und das ist der Abschluss. Und das ist kein Handspiel. Weil die gibt es bei uns nicht im 16. Aber wir bleiben dran. Abschluss abgeprallt. Donnarumma. Und dann lassen wir diese Dinger liegen. Das muss die alte Zweitoreführung sein. Bei solchen hundertprozentigen Chancen. Soberschleih probiert es. Erster Abschluss. Zweite Halbzeit. Und damit willkommen zu den zweiten und wahrscheinlich auch letzten 45 Minuten. Es könnten natürlich nochmal 30 Minuten on top kommen. Ich will es nicht hoffen. Denn das würde bedeuten, wir würden Stand jetzt diese Führung hierher geben. Larsson ist ja unser Kapitän. Ich hoffe, dass der in weniger als 40 Minuten den Henkepott in die Luft tragen darf. Jetzt aber Harto erstmal viel zu weit weg. Diogo Kosta aber spielt mit. Hat die Kugel. Und wir wollen keine Zeit verlieren. Also natürlich könnte man auch Zeit spielen. Will ich aber nicht. Denn wir haben in der Offensive so eine Souveränität ausgestrahlt. Die ich jetzt auch weiter auf den Platz bringen mag. Der Ball ist viel zu weit von Soberschleih. Ganz schlecht. Ohne Bedrängnis. So raus auf Rooney Baci. Aber trotzdem. 2-1-Führung. Weitermachen. Gas geben. Paris in deren Schranken weisen. Und dann bin ich doch guter Dinge, dass wir hier auf jeden Fall in die nächste Runde einziehen. Beziehungsweise den Henkelpott natürlich gewinnen. Hier taktisches Foul funktioniert nicht. Jetzt müssen wir mal rein mit der Lichtung. Wie? Hüft hoch in die Beine von Kodomo. Und hier ist das glaube ich. Und dann dürfte man sich nicht beschweren, wenn es vielleicht Rot gibt. Nee. Es ist gelb. Zählt als taktisches Foul. Aber wenn wir nochmal drauf schauen, dann ist das hier. Gut, Hüft hoch ist das nicht. Das sah dann krasser aus. Gelbe Karte ist denke ich okay. Aber so ohne Chance auf den Ball ist schon heavy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht schneiden. Habt ihr dieses Tor gesehen? Was ist denn das? Alexis McAllister. Ich habe gar nicht kommentiert. Weil für mich war das auf gar keinen Fall auch nur ansatzweise realistisch, dass der Ball einschlägt. McAllister steht da bereit. Über die Mauer. Und... Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ja, die Mauer springt aber auch nicht. Weiß nicht, ob das was geändert hätte. Aber was für eine Flugkurve. Dankeschön an die Kamera, dass man auf jeden Fall sieht, wo der Ball einschlägt. Es ist das 2 zu 2. Völlig unverdient. Völlig unverdient. Weil eigentlich nur wir spielen. Aber so gibt man einen sicher geglaubten Sieg. In Anführungszeichen auch schon wieder her. 2 zu 0 Führung. Also zunichte gemacht. Das hier ist Yildiz. Das ist die nächste Möglichkeit. Fehlt ein bisschen was. Aber trotzdem. Weitermachen. Immer dranbleiben. So vor Schley. So vor Schley. Und jetzt vielleicht. Aber dann dauert das viel zu lang. Warum kommt der Abschluss nicht? Ich bin noch da. Im Umkreis von 3, 4 Meter. Kein Gegenspieler. Ich schieße. Und er schießt einfach nicht. Er macht gerade, was er will. Steht da rum wie Falschgeld. Und wartet, bis der Gegner kommt. Und dann natürlich auch hier. Kaum, lädt, reingeschissen. Jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit. Das ist Zaire Emery. Kurz vor Schuss. Zaire Emery. Nachspielzeit. 90 plus 1. Ex-Paris-Sachemarspieler. Siegtreffer für den FC Schalke 04. Hoffentlich. Noch unter Vorbehalt. Es sind noch gute 2 Minuten. Aber wir spielen es. Mit Risiko. Ja, eigentlich ist Paris immer da. Und waren jetzt zuletzt auch ein bisschen mehr am Drücker. Wir haben uns echt einschüchtern lassen durch das 2 zu 2. Und durch die vergebenen Chancen. Leider Gottes. Und dann aber trotzdem. Hier auf engstem Raum kommen die Pässe durch. Und dann ist es hier Zaire Emery. Dann mit dem schwachen linken Fuß. Ich glaube, das ist der Schwache von ihm. Lässt er das Ding hier einfach mal irgendwie recht zentral noch rein ins Tor. Und was ist hier? Gelbe Karte. Naja. Okay. Ja. Ist in Ordnung. Es fliegt ja keiner vom Platz. Ich glaube, das war ein taktisches Foul. Matthias Delicht hat gerade auch noch mal in allerhöchster Not hinten bei uns gerettet. Aber dann Zaire Emery recht zentral. Donnarumma sieht da vielleicht nicht ganz so glücklich aus. Alles andere als das, was wir hier sind. Absolut glücklich. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Haben wir dem FC Schalke 04 im zweiten Anlauf. In Klammer würde ich jetzt mal behaupten. Hier dann die Champions League gewonnen. Paris-Sachemar 2. Schalke 3. Und damit haben wir es. McAllister. Elfmeter. Und eine absolute Traumbude hier also vom Freistoßpunkt weg. Und jetzt heißt es Siegerehrung. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende angekommen. Hugo Lasson, Nummer 7, Kapitän, damaliger Neuzugang, also von Frankfurt. Ich glaube, er ist sogar in einem Tauschstil. Ich weiß es aber nicht mehr zu 100 Prozent. Bei mir ist mittlerweile der nächste Tag in der Aufnahme. Und hier ist der Heckebot. Der FC Schalke 04 ist an Europaspitze angekommen. Aus der Krise. Vom Chaos-Club jetzt also zum absolut gestandenen Top-Team. Und zu einem des, was eben die Champions League gewonnen hat. Aber nicht nur das. Wir haben ja auch den Dubelsieg. Wir haben ja auch die Deutsche Meisterschaft geholt. Ich bin froh, dass das Video rum ist. Das ist viereinhalb Stunden Aufnahme. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.